Moin, wir sind Familie Daman aus Wohlenbeek. Das liegt in der Gemeinde Lahmstedt im Landkreis Cuxhaven. Meine Frau und ich, wir betreiben hier die Daman GbR, werden dabei tatkräftig unterstützt von meinen Eltern und unserem Team. Unseren Betrieb gibt es auf diesem Standort seit 1793. Wir sind die siebte Generation, die ihn hier bewirtschaftet. Wir bewirtschaften 167 Hektar. Davon sind 60 Hektar Ackerland. Der Rest ist Grünland. Wir halten 280 Milchkügel mit einer Leistung von 9600 Kilo bei 40 Eiweiß und 4,2 Prozent Fett. Diesen Stall haben wir den ersten Ende 2013 gebaut mit 130 Liegeboxen und zwei Melkrobotern. 2019 haben wir uns dann dazu entschlossen, den Stall noch einmal zu erweitern und weitere 130 Liegeboxen und auch wieder zwei Melkroboter. Wir haben uns um die Goldene Olga beworben, weil wir einmal sehen wollten, wie unser Hof im Vergleich zu anderen Betrieben dasteht. Unser Ziel ist es, unseren Betrieb jeden Tag weiter zu entwickeln und das hat uns dazu entschlossen, uns einmal daran teilnehmen zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020